ein kurzes video in eigener sache wenn ihr mich unterstützen folgt doch gerne auf instagram auf tik tok auf twitch links dazu in der video beschreibung oder in der kanal info würde mich sehr freuen wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid denn auf tik tok instagram gibt es immer die neuesten informationen zu meinem leben natürlich auch zu spielen die spiele zu maps von fortnight und 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 auf twitch natürlich streame ich diverse spiele diese infos dazu findet man bei mir auch immer auf tik tok und auf instagram und ja es wäre schön wenn ich euch dabei unterstützt und überall gerne mal ein follow da lasst kostet euch natürlich überhaupt nichts wenn euch meine youtube videos gefallen lasst natürlich auch da gern immer einen daumen nach oben da und zeigt es mir dass sie euch gefallen dass ihr mehr davon wollen schreibt noch gerne kommentare ich gehe auf jeden kommentar ein und ich würde sagen wir starten jetzt mit dem video ich habe auch zehn sternen ich könnte mal und so ein fordern oje laternenparcours das klingt schon wieder ein fordern zwölf sterne dann habe ich seit acht komplett durch läuft läuft ja ich kenne niemand nicht mir wäre das bild gefallen deswegen habe ich da einfach gleich ein herz gegeben ich denke da irgendwie sofort an balancieren auf lichterketten oder so das magst du doch ja ist näher alter ich habe leider keine xp schade du 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 Oh. Ah, so war ich dankend. Ah, bitte, bitte. Nein! Jetzt denke ich so ganz, wo ich hin muss immer. Ja, da muss ich nicht hin. Ich spring dir auch noch nach, ich Stulle! Nein! Hä? Ich konnte nur was bei der Lampe machen. Ah, okay. Vielleicht ein Level skippen. Nein, nein, bei der die hängt. Das war mal gar nichts. Wow! Okay. Das war mal ordentlich wegkatapultiert. Wohin, wohin, wohin! Ja! Scheiße, ich muss auf der Maul stehen bleiben. So ungefähr habe ich es auch gemacht. Ich bring das aber hin! Ich bin da stehen geblieben, ja. So. Hey, ich habe das Ding nicht berührt. Oh Mann, ey. Ich auch nicht und ich habe überlebt. Alter, ich war doch dran. Ich bin da drin. 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 Junge, ein bisschen. Oh, mein Idiot. Kannst du jetzt mal bitte dich hier rumhandeln. ich dachte da kann man hin anscheinend nicht da kommt mich mal wieder eiskalt runter mit abwarten hast du es nicht oder wenn du response muss gleich los rennen egal ob andere dastehen und warten ja weil du einfach los sprint ist anstatt zu warten ok viel zu weit viel zu weit weit war ein bisschen zu kurz oder da Alter! nein Dieser Spruch nervt hier gerade gewaltig. Ich hab ihn gar nicht mehr durchgestorben geholfen. Der nervt gewaltig. Das ist ein Ex. Das ist ein Ex. Das ist ein Ex. Das war viel zu weit. Oh! Oh! Das ist ein Ex. 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 Ex. Das ist ein Ex. Das ist ein Ex. 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 Ex.